Der Sportwelt TV Wettcheck Uri Hime ist das einzige Pferd in diesem Rennen, das bereits gewonnen hat. Die Stute siegte auf Sand vielleicht gegen nicht ganz so gute Gegner, aber ihr fünfter Platz in Köln hinter guten Hengsten müsste für die Lösung dieser Aufgabe eigentlich auch ausreichen. Uri Hime ist deshalb unser Tipp im ersten Rennen des Tages. Der England-Import Heather Down stellte sich in Baden-Baden gleich mit einer starken Leistung in Deutschland vor, als er in einem kopfstarken Feld Zweiter wurde. Das war eine gute Form und ein Sieg in dieser Klasse sollte nur eine Frage der Zeit sein. Kommt er mit der wendigen Mannheimer Bahn zurecht, kann Heather Down das zweite Rennen des Tages gewinnen. In diesem Rennen für sieglose Pferde sieht es nach einem Zweikampf zwischen Spirit of Success und Karisuke aus. Der England-Import aus dem Formstall von Besitzertrainer-Champion Lucien van der Meulen kostete 11.000 Guineas und sollte sich kaum lange in der sieglosen Klasse aufhalten. Karisuke ist deshalb unser Tipp im dritten Rennen des Tages. Der Lokal-Matador Earl hatte in seinem letzten Rennen in Baden-Baden Pech, als er schlecht vom Start kam. Dennoch lief er ein gutes Rennen und auch nach den zuvor gezeigten Formen sollte der Tertulliensohn weit vorne landen. Bei seinem einzigen Start in Mannheim war Earl Zweiter. Heute könnte der Wallach zu seinem ersten Saisonsieg kommen. Der England-Import Testify ist schon neun Jahre alt, hat aber noch nie ein Flachrennen bestritten. In seiner alten Heimat war der Wallach jedoch ein sehr gutes Hindernispferd und sogar in einem Gruppe 2 Rennen auf der Jagdbahn erfolgreich. Hier wird nicht viel verlangt und der 9.000 Pfundkauf sollte auch auf der Flachen gut genug sein, um dieses Rennen zu gewinnen. Testify ist deshalb unser Tipp im fünften Rennen des Tages. Thunder Light ist Bahn- und Distanzsiegerin und seit Monaten gut in Form. Ein schwächeres Laufen aus München konnte die Lokal-Matadorin mit einem zweiten Platz in einem großen Feld in Baden-Baden auf Anhieb korrigieren. Thunder Light ist die logische Favoritin im sechsten Rennen des Tages. Sternjuwel hat erst fünf Rennen bestritten, davon aber zwei gewonnen. Bei den anderen drei Starts war sie zweite. In Köln setzte sie sich gegen gute Gegner durch und ein weiterer Erfolg der Stute ist durchaus realistisch. Kommt sie mit der Bahn zurecht, dann führt der Weg zum Sieg im siebten Rennen des Tages über Sternjuwel. Quiet Waters siegte bei zwei ihrer letzten vier Starts. Vor zehn Tagen war sie in gefälliger Manier in einem Ausgleich 3 in Köln erfolgreich. Wiederholt sie diese Form, dann kann Quiet Waters das achte Rennen des Tages gewinnen. Mr. Kent ist zwar noch sieglos, doch bei seinen letzten drei Starts auf einer Grasbahn war der Wallach Zweiter. Dass er in dieser Klasse bald gewinnen wird, bewies er bei seinem letzten Start in Dresden. Wenn er mit der Kursführung in Seckenheim zurechtkommt, sollte Mr. Kent der letzte Sieger des Tages sein. unter forever thighs – bemerzen – ich brauche genauso, ja dafür – unter zu